Selbstgespräche, baum, baum, baum. Hallo, mein Name ist Christoph, aber es interessiert kein Schwein. Willkommen zur ersten Folge Selbstgespräche. Heute mit dem Thema, was zur Hölle ist diese Show eigentlich? Nun, das lässt sich ganz einfach erklären. Ganz offensichtlich heißt diese Show Selbstgespräche. Jeden Sonntag soll diese Show jetzt kommen. Und jeden Sonntag werde ich auf ein anderes Thema eingehen. Heute halt, für was diese Show halt eigentlich ist. So, und jetzt kommt's, wieso diese Show eigentlich Selbstgespräche heißt. Ich werde darauf mit meinen verschiedensten Seiten eingehen. Das heißt, ich werde meine verschiedensten Seiten an mir rauslassen, die da zum Beispiel wären die positive Seite. Yay. Haha, ich bin die gute Seite. Ich seh alles positiv. Ach, was für ein schöner Tag. Die negative Seite. Wieso schöner Tag? Es regnet doch. Na und? Dann regnet's halt. Na und? Dafür sind wir dann wenigstens schon nass und wir sind von der Wärme weg. Ach ja? Und wie sitzt du denn hier vor dem Computer im wahren Raum? Na ja, ich mach einfach ein tolles Video. Für meine ganzen Abonnenten. Ja, zwei Abonnenten. Und einer davon ist ein gelöschter Account. Und? Dafür krieg ich immer noch Videos. Na, vergiss es doch. Die Faule. Ah, ich bin so faul. Jeder findet sich ja gerade Bock in diesem scheiß Video. Das will ich gar nicht machen. Ich bin so faul. Ich hab keinen Bock. Haha, ich will lieber zocken, Alter. Müsst ihr ähnliches? Der höchste Adel. Hahaha. Mach ich doch nicht so einen Aufstand da oben. Was ist hier überhaupt los? Ich kann hier überhaupt nichts verstehen. Wieso ihr euch alle so bedabelt benehmt? Ich genieße einfach meine Vorrede ein bisschen zäh. Ach, wir drehen nur ein YouTube-Video gerade. Was? Wieso hat niemand mit mir kommuniziert, dass wir ein Video drehen? Ich sehe ja total... Oh. Der Torabend aus. Was ist das? Ich werde jetzt meine Füße bewegen und mich auf den Weg machen. So ein Spast von Engländer. Ich bin der höchste Adel. Nur damit das klar ist. Ach ja, ich wollte mir ja etwas Gutes anziehen. Ciao. Also ich mag ihn. Die Spast-Seite. Höh. Ich bin so nicht, was geht ab. Höh. 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 Äh, ja. Dann mal weiter. Die Nullpot und ihr könnt mich mal aller Seite. Aha, muss ich denn jetzt in diesem Video vorkommen? Hab absolut keinen Bock. Wisst ihr was? Legt mich doch alle am Arsch, macht euer Video alleine weiter. Ja, der Loser. Wann ist denn Negativ drauf? Ja, er gefällt mir nur. Der Hippie. Peace. Ihr Peace allerseits. Weltfrieden und der ganze Scheiß. Ja. Ja, es ist auch für Frieden, Alter. Was? Was hast du da an? Alter, Klamottenfreiheit, Digga. Peace out. Ihr könnt mich nun bitte alle mal. Peace. Okay, schätze ich. Die ernste Seite. Zum Glück bin ich jetzt der Letzte. Und könntet ihr jetzt bitte alle still sein, nachdem noch mehr keiner mehr kommt, damit Christoph endlich weitermachen kann, zu erklären, den Rest, worum es in der Show geht? Ernsthaft. Danke, ernste Seite. Bitte sehr. Also, wie ich ja bereits zu Anfang sagte, möchte ich jeden Sonntag über ein neues Thema reden. Mit meinen Seiten hier und hier und da und da und da unten. Und jedenfalls möchte ich gerne, jetzt kommt's, dass ihr gerne in die Kommentare ein paar Themen schreibt, die euch interessieren. Und ich suche mir dann das beste Thema aus, zumindest das interessanteste Thema, je nachdem. Und sollte es keine Kommentare geben oder keine vernünftigen Kommentare oder irgendwas, was ich schon hatte, wie auch immer. Oder halt keine Kommentare, wovon ich mal ausgehe mit deinen zwei Abonnenten da an der Gelüftklappe. Äh, ja, also dann werde ich mir aus dem Internet mal ein ganz aktuelles Thema raussuchen, was mich interessiert und werde halt darüber reden. Passt schon. Also, dann bis zum nächsten Sonntag. Tschau. Tschau. Tschau.